Liebe Frauen, ich möchte mich aus gegebenem aktuellen Anlass mit diesem Video persönlich an euch wenden. Es kann gar nicht oft genug betont werden, dass ihr alle in diesem Land Großartiges leistet. Ihr seid die ganz, ganz große Stütze unserer Gesellschaft. Ihr managt den Haushalt, ihr besorgt die Einkäufe, ihr organisiert die täglichen Mahlzeiten, ihr übernehmt die Kinderbetreuung und Kindererziehung und ganz oft auch die Pflege eurer älteren Angehörigen. Und gerade weil ihr so viele Aufgaben bewältigt und für verschiedene Bereiche große Verantwortung übernehmt, arbeiten viele von euch auch in Teilzeit. Liebe Frauen, ihr seid großartig. Eure Mütter und eure Großmütter waren es, die nach dem Krieg als sogenannte Trümmerfrauen unser Land mit den eigenen Händen wieder aufgebaut haben. Ihr seid es heute, die eure Kinder oft alleine großziehen müssen und zugleich auch dafür sorgen müssen, dass eure Liebsten mit allem Notwendigen versorgt sind. Ihr liebe Frauen, ihr seid es, die euren Männern zu Hause den Rücken freihalten. Ihr seid es, die oft auch zusätzlich zu euren häuslichen Arbeiten eine Berufsausbildung stemmen und parallel zum Haushalt und der Kindererziehung noch Geld nach Hause bringen. Für all das, was ihr leistet, gebührt euch vor allem eines und das ist Respekt. Und nicht nur das, sondern vor allem auch eine Politik der Wertschätzung, der Unterstützung und der Anerkennung. Denn ihr seid es auch, die nach einem langen Leben mit vielschichtiger Arbeit oft mit einer sehr geringen Pension auskommen müssen. Ihr seid es auch, die noch immer für gleichwertige Arbeit weniger bezahlt bekommen. Liebe Frauen, ihr habt Besseres verdient als einen Bundeskanzler, der von eurem echten Leben keine Ahnung hat. Ihr habt Besseres verdient als einen Kanzler, der sich über eure Teilzeitarbeit beschwert, ohne dabei doch eure persönliche Geschichte und eure persönlichen Hintergründe zu kennen. Ihr habt Besseres verdient als einen Kanzler, der euch belehren möchte, wie ihr eure Kinder ernährt und euch dabei ungesundes Fastfood empfiehlt, nur weil es billig ist. Während seine Partei eure schlechten Lebensbedingungen mit ihrer Politik der Ignoranz zu verantworten hat. Unsere freiheitliche Familie steht für ehrlichen Zusammenhalt, für soziale Gerechtigkeit und für eure Sicherheit. Wir stellen immer die Familien in den Mittelpunkt unserer Politik. Wir arbeiten tagtäglich für ein besseres Österreich, in dem vor allem auch ihr, die Frauen, Unterstützung und Anerkennung bekommen und mehr Sicherheit und Selbstbestimmung haben. Genauso, genauso möchte ich mit euch gemeinsam unsere Heimat gestalten. Gehen wir diesen Weg gemeinsam. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020